Ich streame ein bisschen Wo muss ich jetzt hin? Das bin ich Was wird das grad? Küche zum anschauen Fortschritt prüfen Hä? Was hab ich eigentlich im Lager drin? Weiß ich doch nicht was du in deinem Lager drin hast Waffen Ich hab da 75 Waffen drin Warte Warte mal kurz klingend Bille 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 Gacha Ja Für'sin Das ist Das ist Schritt So, vielleicht hab ich hier 75 Waffen. Du Messi. Ich verkauf die jetzt. Nach und nach, ich tue jetzt immer ein bisschen mitnehmen und tue sie dann verkaufen. Verkaufen, so. Wo geht's los? Das waren alles Waffen mit 350 Punkten und so'n Kram. Hier. So, ja, ein super Einkauf. Genau, warte. So, Verkäufer. Was kann ich für sie tun? Was du für mich tun kannst, du kannst mir dein Geld geben. Jetzt bin ich wieder gut ausgestattet. Ja, du bist gleich noch besser ausgestattet. Warte mal ab. Verkäufer. Warte mal ab. Dank Ihnen ist mein Lager wieder voll. Schön mit Ihnen geschätzt. Jetzt wieder zum Händler, Händlerin, ich habe schon nur 20.000 Hüppel. Hüppel. Schicker Regierungsbunkel. Was verkauf ich denn noch alles? Der ist hier. Der ist hier. Ich verkauf keine Scharfschüsse und Gewehre. Ein High Security Lab Board. Das wird alles sehr nützlich sein. So, jetzt kann ich noch das Rest von meinem Lager holen. Mit dem Lager noch 10 Waffen sind da drin. So. Echo in der Nähe. Gut, dass Sie kommen. Oh. 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 Aha. Dank Ihnen ist mein Lager wieder voll. Schon ungefähr 390 Punkte kaufen. Setzen Sie es sinnvoll ein. Oh. 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 Fischi-Washi-San. 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 Archer! so habe ich jetzt geschafft muss ich doch in 11 projekte anziehen oh ja hege tommen so Bist du gerade? In der Nähe. Ich befreue gerade Geisel. 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 Inventar. Wo ist es? Ich befreue gerade Geisel. 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 wie geht das was soll da rotz wie soll das gehen ich glaube wie das gehen soll ich will dich ja wiederbeleben jetzt bin ich sauer jetzt bin ich böse das gibt es doch nicht ich freu mich echt grad wie es gehen soll mir egal ich hole es jetzt alle weg jetzt bin ich echt sauer da war kein schwanz es ist es ist es ist Mist, von hier treff ich keinen! Geh, schick mal keinen! Bitte, sag mal, da auch! Hilfe! Baby! Geh, schocken Sie! Geh, schocken Sie! Geh! Geh, schocken Sie! 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 Geh! 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 Was ist das? Sich nähernden Feinde erkannt. Zugangsschlüssel entdeckt. Hinten, warte. Okay. Was? Raufschuh erhöht? Zwei? Hm. Che thinner. Oh. I think I'm going to spit it out. Yeah. Of course, yeah. I think I'll be right back with the guy. I don't know. Verstärkung trifft ein. Verstärkung trifft ein. Verstärkung trifft ein. Verstärkung trifft ein. Was sind jetzt die Gegner? Keine Ahnung. Verstärkung trifft ein. 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 Was ist das? Schau mal auf der Map Schau mal den Schlusspunkt genau an Da gehen zwei Fäden ab Einer Propagandasendung Und einer dahinten öffentliche Hinrichtung Ich mach Propagandasendung, okay? Oh man, wo ist die? Hier nebenan Ich mach die, okay? Machst du das andere? Nein Und ich hab die Schon relativ, ja Ich muss nur noch Knopfdrücken gerade nehmen Blühne, was gibt's hier Schönes? Oh, war das tatsächlich ein Headshot? Was ist schlecht? Oh, war das? Oh mein Gott, war das Oi, sieh? Oh, war das Einhornen? Oh, war das beinahe? Oh, war das? Oh, war das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was war das? Der Zugangsschlüssel ist hier Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt Vorgang fortgesetzt Über 50 ist Das war nicht so schlecht Manuellen Kontrolle erforderlich Das war nicht so schlecht Oh, noch mehr Gegner Alles klar Einsatz abgeschlossen Ich komme auch zurück Was, geil, high Nur, nur, Meter Hast du das ausgewählt? Ja, was mit dem Kontrollpunkt? Jetzt ist es uns raus Wo ist denn der Dings? Jetzt ist der Fahrradsraum unten drin, oder? Glaube ich Durch Grazertür rein und dann links Okay Einmal um den Block Ich schaue gleich hinterher, wenn ich so weit bin Ach, klar Ich sag mal her, immer mehr Er war und, wenn ich so weit bin Wenn ich sie so weit bin Ich nicht so weit bin Aber ich so weit bin Ist es das Ich bin so weit Ich schaue dich Ichира dir Ich schaue dich Ich werde dir Spawn. Ja, ich kann dich auch durch eine Autoscheibe abknallen, du. Sie wussten nicht mehr, wenn sie es zu tun kriegen. Können wir denn da näher davon spauen? Safe House, hier. Oder? Mach halt. 100 Meter. Das Ziel befindet sich in Ihrer Nähe, Agent. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. 80 Meter. 70. 50. 50. 40. 50. 50. Ich kann schon ein Problem. Ich bin nicht mehr. Man lohnt sich mehr. Lebensfunktionen kritisch. Ich muss die Stellung wechseln Ist das mitten auf dem See oder was? Okay Da ist er unter der Erde Hier geht's rein Unter der Erde Was? Der Gegner? Hm Scheiß Kommst du mal in die Position, da geht's rein Warum, weil ich hier mehr noch zu tun? Wir probieren es Vergesst das mit eurem scheiß fein geschauten Auto Schein Pisser Boah, fuckt der auch mich Na egal, ich spawn bei dir Kein Lebenszeichen bei Agent Safety Was? Ich bin noch nicht da Okay, warte auf mich Ich komm Hey, hier ist Loot Wo? Oh, oh Oh, oh Oh, oh Warte Wo ist Loot? Oh Lass sie zu uns, kommen wir Lass sie zu uns Ich hab da ne Idee Ja, rennt halt drauf, Rose Kann auch hier oben rein Das ist das Ziel, Agent Das ist das Ziel, Agent Das war's Das war's Wieder einer weniger Gute Arbeit, Agent Vergewaltigung, wo ich ihn mal sieht Ich weiß nicht, was du meinst Ich weiß nicht, was du meinst Ich hab mir das Schon nachgeplappert Wird zwar irgendwo noch Loot geben Ach, ist zu Schade Oh, da hinten ist noch was Hier Schock Munition Schock Munition Ah, sag mal Das ist doch auch neu, oder? Was? Dass die Stützpunkte alle vernetzt sind Hm Hier ist ein Kontrollpunkt Schieß auf den Kerl! Das ist für unsere Heimat! Ein angepasster Deckung! Wir müssen hier weg! Ich muss hier nachladen! Du brauchst Deckung? Ich muss hier nachladen! Du brauchst Deckung? Ich habe keine Schusslinie. Das waren dann alle. Was ist das denn? Das war's für heute. Was ist irgendwas markiert? Ah ok Okay. Oh, was gibt's hier? Handschuhe. Oh, Gegner. Angeschossen. Nochmal angeschossen. Ähm, tot. Boah. Ist auch gemein. Der Wasser auf dich zugerannt kommt. Äh, kommt der auch von hinten? Kann das sein? Oh, Waffenkörper. Schwuchtel mit Schild. Irgendwie hinter mir. Ich halte ihn aus. Komm wieder vor. Stahl. Stahl. Ach, ich halte ihn. Ach so, weil er krägt. Stahl. Baht seem nach oben. Jäger! was ist denn nur der Schuhfammer, die es an bei dir? hmmm ich hab das gar nicht geguckt hier ist auch noch was geh nicht, also nicht, aber 430 Meter an der Maske hier drin gerade gehabt. Okay, 35 Meter oder so. Ach, das soll der Schutzhund sein. Ich hoffe, hier auf der Mauer durchzulaufen. Ja. Heute bezahlst du! Scheiße, uns gehen die Leute aus! 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 Oh, ich bin tot! Fuck! Agent außer Gefecht! Agent verstorben! Das ist meine Beiderverstärkung! Was ist denn jetzt hingeräumt? Mann! Was geht denn hier ab? Okay! 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 Ich bin selber schuld, wenn du mir vor die Knarre lauscht! Ich bin! Ich bin ihn noch! Ich bin hier. Fuck. Das gibt's auch nicht. Oh, fuck. Oh je. Wow. Vorne Gegner, hinten Gegner. Ich hab gerade gedacht, dass die Glasflasche zerfetzt ist. Hm. Hat auch schon mal vor. Das Ganze gesorgt. Zweidigt. Oh. 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 UMP 45, Polizei-Version, 409 Punkte. Ich hab grad zu viel Zeug dabei, warte mal kurz. Ich muss hier ein bisschen was entfernen. Irgendwas Stufe 430. 209 punziger, das ist 30. Ich bin sehr glücklich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich lasse mal durchladen. Ich lasse mal durchladen. Ich lasse mal durchladen. So, mal gucken, kann man dem was spenden? Wir haben was wir brauchen. Hab ich schon gemacht. Ich doch mal. So, wohin? Hier hin oder was? Moment. So. Wie müssen wir? Schau mal, wir müssen dahin. Das ist nämlich die eine Linie, die noch verbleibt. Okay. Hör auf mich zu schießen. Ich hab mir auf dich geschossen. Ich hab mir in eine grobe Richtung geschossen. Und außerdem hier sind Gegner. Oho. 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 Oho was war das? Wo bist du? Wo verstehst du dich, Robin Hood. Ah, hier. Ich lauf' in deine Richtung. Oho. Whoa. Gut. Ich hunde erstmal weg, dann reanimiere ich dich Dieser scheiß Computer nochmal sagt Agent getötet, dann pflanze ich ihn in ne Gummipuppe Scheiß KI Der frisst das Zeug aus, wärs gar nix Ich muss mal, wärs gar nix Wo ist der verfickte Scheissgegner? Boah, warte ab, ey. Warte, warte! Warte, 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 warte! Die Geisel ist tot! Boah ey, die Geisel ist tot! Die Geisel ist tot! Alle Geiseln sind tot! Wo geht's? Hier ist noch ein Kontrollpunkt. Die Geisel ist tot! 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 Feindliche Übertragung empfangen! Oh! Hohohoho! Nein! Überall von der Geschichte, versuch nicht runterzuspringen, sonst trifft ich Kaliber 50. die Geisel ist tot! Zivilisten in Gefahr! Die Geisel ist tot! trapp ihn muss nachladen ich komm ich suche erst mal deckung ich kümmere mich erst mal um die ganzen fixer lebensfunktionen kritisch schießt auf die super steck mich scheiße ich wurde verbrannt ich habe keine chance 3 kopfschuss hier wollen wir hin was hast du markiert ich habe da markiert wo wir gestorben sind ok verbündeter kontrollpunkt entdeckt geistennahme in der nähe erkannt vorrätsel entdeckt ok ok auf 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 Ja, und du wirst noch viel mehr bringen, du Arschloch Oh, was habe ich hier schönes? Moment, Begleitung, Inventar, SRS A1, Ausrüsten, Mod Jetzt müssen wir machen, das hier Ich muss erst mal fertig looten Ich folge dir Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht Aber warte kurz Was hast du markiert? Äh, das ist weg Okay War die Swambar bei dir Komisch Dann gehe ich mal wieder zurück Hä? Feindlicher Kontrollpunkt entdeckt Vorräte in der Nähe Übernimm doch den Kontrollpunkt Check ich jetzt Da ist sonst nix Oh, wie lange dauert es, bis sie den Kram übernehmen Whew està Die Hä? Ha? Ständ ehrliches Was ist das? Aua Alter Warte mal kurz, ich guck jetzt mal auf die Karte, wo wir hier müssen Hey Merkst du was? Ist die doof? Warte jetzt einfach mal Warte mal kurz gibt es Auch Machen Come on, Goss. Wir müssen jetzt sehen, wann der Film raus sucht. Das ist erforderlich. Oh, das war's. 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 Oh. Oh, das war's. Oh. Oh, das war's. What? Putz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah ja, was gibt es hier? Model 700? Ah, das ist es. Was gibt es hier noch? Ah, das ist hier. Ah, das ist hier. Ah, das ist hier. Ah, das ist hier. 332, was gibt es hier noch Neues am Waffen? Was war das? Ach, je. Ah, das ist hier. Ah, das ist hier. Ah, das ist hier. Ah, das ist hier. Ah. Ah, das ist hier. Ah, das ist hier. Was hast du markiert? Was hast du markiert? Hab ich was markiert? Oh, das ist hier. Oh, das soll man hier angreifen. Ich hab was markiert. Oh, das ist hier. Oh, das ist hier. Das ist hier. Oh, das ist hier. Ich hab morgen gewusst. Ja, ich versuchte auf so eine Single. Ich heil mich schnell, ich lauf weiter, ich ziehe ja die geilste so gut wie es geht. Sie hat eine erste Hilfesex! Nächster Treffer geht durch! Zielobjektum krankst uns! Registriere zusätzliche Feindkontakte. Wauw! Ich komme zu dir. Das ist ein Fixer. Das ist ein Fixer. ok das war doch keine gute idee mit der waffe deswegen spiele ich jetzt ganz anders ja 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 Scheiße Äh, soll man das warten, wusste das? Kopfgeld, bla bla bla, getötet Ach, da sind Kontrollpunkten, die da sehe ich gerade Rationen in der Nähe Ach, das war das, wo man irgendwo durch den Tunnel gehen muss, kann das sein? Wo ist das? 1 2 1 1 3 2 Oh Ich geh so bis zu Oslo Agent verstorben. Agent verstorben. Agent verstorben. Agent verstorben. Was machst du? Gehst du doch noch direkt vor dem Geschütz hinstellung, Fotze. Sprich hinter, leg dich doch hin und mach die Beine breit.